Land Brandenburg erweitert Corona-Maßnahmen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat das Land Brandenburg neue Corona-Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus beschlossen. Aktuell liegt die Inzidenz in Frankfurt-Oder laut RKI bei 601,6. In den letzten sieben Tagen steckten sich in Frankfurt 343 Menschen mit dem Virus an. Um die Infektionszahlen zu drücken, gelten ab Mittwoch, den 24. November, landesweit folgende Regelungen bis einschließlich 15. Dezember. Der Einzelhandel bleibt geöffnet, die 2G-Regel wird jedoch ausgeweitet. Ausnahmen gelten für Läden des alltäglichen Bedarfs sowie zum Beispiel für Buchhandlungen, Zeitungs- und Zeitschriftenhändler, Bibliotheken oder Baumärkte. Ausgeweitet wird die 2G-Regel auch bei den körpernahen Dienstleistungen. Das Haareschneiden ist zukünftig nur noch mit einem Geimpft- oder Genesenen-Nachweis möglich. Der Freizeitbereich wird ebenso unter die 2G-Regel fallen. Demnach sind Schwimmbäder, Indoor-Spielplätze, Museen, Galerien, Freizeitparks, Tierparks und ähnliche nur noch für Geimpfte oder Genesene zugänglich. Auch Sportanlagen drinnen und draußen sind von den Maßnahmen betroffen. Der öffentliche Raum sowie private Zusammenkünfte sind ebenso von neuen Maßnahmen betroffen. So gelten im Freien verschärfte Kontaktbeschränkungen. Insgesamt dürfen sich nur noch 5 Personen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Dieselbe Regelung gilt für private Feiern. Auch hier ist die Anzahl der zugelassenen Personen auf 5 begrenzt. Auch hier werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Ab dem 24. November gilt grundsätzlich eine Testpflicht bzw. 3G-Pflicht am Arbeitsplatz im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Regional- und Fernverkehr. Auch das Tragen von FFP2-Masken in Bus und Bahn sowie in Zügen ist wieder Pflicht. Auch eine nächtliche Ausgangssperre ist in den Maßnahmen enthalten. Diese tritt allerdings erst bei einer 7-Tages-Inzidenz von 1.000 und einer gleichzeitigen landesweiten Auslastung der intensivmedizinischen Betten von über 10% in Kraft. Die Ausgangssperre gilt dann für ungeimpfte Personen von abends 22 Uhr bis morgens 6 Uhr. Von den neuen Maßnahmen betroffen sind auch Weihnachtsmärkte. Die bereits geöffneten Märkte wie der in Frankfurt müssen ab Mittwoch wieder schließen. Neue Weihnachtsmärkte dürfen nicht eröffnet werden. Außerdem wird überlegt, die Weihnachtsferien in diesem Jahr fortzuziehen. Diese würden dann bereits ab dem 17. Dezember beginnen. Weitere Details und Informationen zu den neuen Corona-Maßnahmen finden Sie auf der Internetseite des Landes Brandenburg unter www.brandenburg.de